Während sich am 15. Juni die Größe des Trooping-de-Color-Events nähert, richten sich alle Augen auf die britische Königsfamilie, mit besonderem Fokus auf Prinz Harry und Meghan Markle und das Geheimnis um ihre Abwesenheit bei der prestigeträchtigen Zeremonie. Spekulationen gibt es in Hülle und Fülle, und Experten und Kommentatoren äußern sich darüber, was sich im Haus Sussex zusammenbrauen könnte. Eine dieser Kommentatoren, Kinsey Schofield, äußerte kürzlich während ihres Auftritts im Podcast Doody for Daily eine verlockende Warnung. Schofield deutete mögliche Entwicklungen rund um Meghans Marke American Riviera-Urchat an und schlug eine Produkteinführung im Zusammenhang mit Trooping-de-Color vor. Während wir auf die Veranstaltung warten, wäre ich nicht überrascht, wenn wir sehen würden, wie American Riviera-Urchat ein neues Produkt vorstellt, sinnierte Schofield und löste damit bei den königlichen Beobachtern eine Flut von Intrigen und Neugier aus. Allerdings wies sie auch auf den merkwürdigen Zeitpunkt einer solchen Einführung angesichts der anhaltenden Gesundheitsbedenken in ländlichen Gebieten hin und stellte den Mangel an greifbaren Produkten trotz früherer Ankündigungen in Frage. Meghans Erfolgsbilanz bei der Einführung von Marken, einschließlich des unglücklichen Versuchs, der mit den Diana Awards von Prinz William zusammenfiel, verleiht den Spekulationen noch mehr Tiefe. Trotz ihrer Ambitionen führte die vorherige Markteinführung dazu, dass kaum mehr als 50 Gläser Marmelade an Influencer und Prominente verteilt wurden. Was die Intrige noch verstärkt, ist der Ausschluss von Meghan und Harry von der diesjährigen Trooping-de-Caller-Gäste-Liste das zweite Jahr in Folge, in dem sie von der königlichen Familie abgelehnt werden. Berichte bestätigten ihre absichtliche Abwesenheit und deuteten auf spätere Spannungen innerhalb des königlichen Haushalts hin. Der Publizist Michael Lewin sagte gegenüber dem Mira, dieser anhaltende Ausschluss von Meghan und Harry von Trooping-de-Caller ist ein ergreifendes Spiegelbild ihrer anhaltenden Entfremdung vom Kern der britischen Monarchie. Ihre Abwesenheit im zweiten Jahr in Folge unterstreicht die tiefen Gräben, die trotz des Prunks und der Tradition, die die königliche Familie ausmachen, fortbestehen. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass persönliche Konflikte das öffentliche Spektakel durchdringen können, selbst in den angesehensten Institutionen. Das von der Zeitschrift Beepel bestätigte Ausbleiben der Zeremonie bedeutet eine Abkehr von der königlichen Tradition, da es keine Balkonauftritte im Buckingham Palace gibt. Es ist ein starker Kontrast zu Meghans früheren Überraschungsauftritten während ihrer königlichen Amtszeit, denen nun offenbar die gleiche Ehrerbittung im königlichen Kontext fehlt. Aber was könnte die Zeit der Sussexes aus der Trooping-de-Caller beschäftigen? Die Spekulationen überschlagen sich und zeichnen verschiedene Szenarien über die Aktivitäten und Absichten des Paares. Sie schlagen vor, dass Megan nach der Kritik an einem Brief an den König von Nigeria einen Calligraphie-Kurs besuchen könnte, um ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Andere spekulieren über eine mögliche Reise nach Nigeria, um inhaftierte Mütter zu unterstützen, kritisieren Meghans Kleidung und es gibt Gerüchte, dass sie ihre typischen Marmeladenprodukte als Geschenk mitbringt. Es ist die Rede davon, an einer nigerianischen Hochzeit teilzunehmen, um von ihrer Abwesenheit bei der Hochzeit des Herzogs vom Westminster abzulenken, die Berichten zufolge aufgrund möglicher Spannungen mit Prinz William vermieden wurde. Gerüchte deuten auch auf die Erkundung von Grundstücken auf der nigerianischen Bananeninsel und auf Vorsprechen für Kindeschauspieler zur Darstellung ihrer Kinder hin, was Anklänge an historische königliche Dramen hervorruft. Aus finanzieller Sicht könnte Megan Podcast-Verträge mit Lemonada abschließen, während Harry darüber nachdenkt, wie er gegen das britische Sicherheitsurteil Berufung einlegen kann, und vielleicht in seiner Freizeit seine Jonglier-Fähigkeiten verfeinert. In einer unerwarteten Wendung plant Megan möglicherweise sogar ihre Version von Trooping the Color, missversteht deren Bedeutung als eine Notwendigkeit, Flaggen zu schwenken oder sich an ein bestimmtes Farbschimmer zu halten, und entscheidet sich möglicherweise für ein bevorzugtes Beige. Während sich diese spekulativen Szenarien abspielen, bleiben die Öffentlichkeit und die königlichen Beobachter gleichermaßen gefesselt und warten auf die Entwicklungen oder Ankündigungen des Sussexes inmitten der Pracht und Tradition von Trooping the Color.